Heute gebe ich euch den besten Abitur-Lernplan, wie du diesen erstellen kannst und in welcher Lernroutine du dich dann schlussendlich auch auf dein Abitur vorbereiten solltest. Willkommen zurück Abitur-Lehden, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitt. Je nach Bundesland wird es jetzt wirklich schon ernst für einige von euch und die allermeisten, die in 2019 ihr Abitur schreiben, bereiten sich langsam jetzt auch wirklich darauf vor. Und da möchte ich euch natürlich den besten Abitur-Lehrplan mitgeben, wie ihr den individuell, kann man natürlich nicht allgemein sagen, aber dass ihr einfach nach diesen Regeln im Prinzip individuell auch euren Lernplan anpasst. Und das ist genau das, wie ich meine 1,0 in den Abiturprüfungen geschrieben habe und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, haltet durch, der Aufwand wird sich lohnen und ich freue mich dann in ein paar Monaten auf eure Ergebnisse. Erstens, eine klare Timeline. Sprich, ich würde mir wirklich für die Abiturphase einfach so, vielleicht so wie so ein Kunstblock, vielleicht sogar, das ist ja dann DIN A3, vielleicht sogar DIN A2, was weiß ich, wirklich so ein fettes Plakat holen und mir wirklich mal aufzeichnen, wirklich irgendwie so jeden einzelnen Tag bis zu den Abiturprüfungen oder zumindest einfach in so einer Timeline mal aufzeichnen, wann du welche Prüfung hast mit Datum dahinter. Das heißt, du sagst zum Beispiel, in meinem Fall wäre das, glaube ich, am, ich glaube, ich weiß das sogar noch, am 3. Mai Mathe, am 7. Mai Englisch, am 9. Mai Deutsch und dann am 17. Mai Wirtschaft und dann am 23. Mai Physik oder irgendwie so. Ja, und dann schreibst du dir das wirklich auf, dass du wirklich mal verstehst, okay, wann kommt denn was, weil diese Termine hat man zwar irgendwie immer so im Kopf, aber so ein richtiges Zeitgefühl bekommst du erst dann, wenn du es dir visuell aufbereitest. Und dann nimmst du am besten auch noch die Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo du aktuell stehst und gehst vielleicht wirklich mit so einem Marker, also einfach vielleicht irgendwie, entweder hakst du die Tage ab oder du hast irgendwie so eine Figur, die du da entlang bewegen kannst, dass du wirklich, soll dich keine Angst machen, ja, aber einfach nur, dass du wirklich verstehst, okay, wie viel habe ich denn noch, wo stehe ich denn, dass du eventuell, wenn du zu früh oder zu spät gerade dran bist, dann auch entsprechend deine eigene Lerngeschwindigkeit anpasst. Zweitens Anforderungen aufschreiben. Es herrscht aktuell noch ein ganz, ganz großer Irrglaube bei vielen Schülern, dass sie umso bessere Noten bekommen, je mehr sie lernen. Und natürlich ist es wichtig, dass du viel lernst, aber es geht nicht darum, wie viel du weißt, es geht darum, was in den Klausuren gefragt wird. Das bedeutet, wer hat dir, bevor du mit irgendwas zum Lernen anfängst, ganz klar darüber, was in den Prüfungen gefragt wird. Das bedeutet nicht, dass du 100%ig weißt, welche Aufgabe dran kommt, das kannst du nicht wissen. Da kann man auch mit, über die letzten sechs Altabitur versuchen zu erhält zu sehen, das wird nicht funktionieren. Aber was klar ist, welche Verfahren du jetzt beispielsweise in Mathe einfach drauf haben musst. Und dann sagst du halt einfach, bei uns in Bayern ist es zum Beispiel, es gibt Stochastik, es gibt Geometrie und es gibt Analysis und dann gibt es dazu einfach Unterverfahren, Untergebiete, Teilbereiche, die du können musst. Und da machst du dir am besten einfach eine Checkliste, geht ja auch mit der Hilfe vom Lehrer, vielleicht gibt es da irgendwie eine Ausschreibung vor eurem Bundesland, was auch immer. Mach dir auf jeden Fall eine Checkliste, wenn du sie nicht 100%ig weißt, ist ja auch egal. Hauptsache du hast eine Checkliste, wo du wirklich weißt, okay, die Sachen muss ich spezifisch lernen und wenn ich die drauf habe, bin ich bestens gerüstet für die Prüfung. Drittens, zweiphasiges Lernen. Was meine ich damit? Ich würde die Abiturvorbereitung in zwei Phasen aufteilen. Das heißt, du hast am Anfang eine lange Vorbereitungsphase, die du vielleicht in den Monaten davor schon machst. Wie gesagt, ich habe mich wesentlich kürzer auf mein Abitur vorbereitet, aber für viele von euch wollen schon früher anfangen. Dann würde ich wirklich im Vorhinein wirklich viel auch lernen und mir wirklich dann aber in dieser Phase auch wirklich alle Fächer, was heißt parallel, aber in dieser Phase alle Fächer anschauen. Das heißt, egal ob ein Fach als allererstes kommt oder als allerletztes, ich würde in dieser Phase wirklich dafür sorgen, dass du alles in jedem Thema verstanden hast, dass du wirklich gut drin bist und dass du im Prinzip einfach in den vier oder fünf Fächern, je nachdem wie viele du hast, dich auf das Level gebracht hast, was du brauchst. Und dann, das ist sozusagen die erste Phase und dann, wie soll ich sagen, die Vorbereitung, das Warm-up, das Training und dann kommst du in die Sprintphase. Das bedeutet, ich würde in der Woche, ist natürlich auch abhängig davon, wie es bei dir mit den Terminen gelegt ist, ich würde zum Beispiel, wenn du als allererstes Mathe hast, wie ich damals, würde ich in der Woche davor fast nur Mathe lernen. Dass du wirklich deinen Kopf so krass draufbringst, so viele Aufgaben, so viele Altabituren durchrechnest, dass du so krass, wenn Mathe dann wie ich kommt, so krass in Mathe drin bist. Und in der Sekunde, wo Mathe vorbei ist, fokussierst du dich nur noch auf die nächste Prüfung. Dann kann es auch mal sein, bei mir waren da auch nur zwei oder drei Tage dann zu Englisch dazwischen. Aber dadurch, dass du in dieser Vorbereitungsphase dich schon überall auf so einen guten Stand gebracht hast, ist dieses Lernen hier in den kurzen Tagen, ist nicht mehr wirklich ein, oh, ich muss das jetzt überhaupt noch verstehen, du hast es schon verstanden. Es geht nur darum, dass du nochmal auffrischt und deinen Kopf in diesen Sprintphasen so krass darauf programmierst, was in diesem jeweiligen Fach dann auch drankommt. Und das machst du eben für jedes Fach so durch. Es kann natürlich mal sein, dass du zum Beispiel, vielleicht sind die ersten beiden Abituren bei dir super nah nebeneinander. Ja, so irgendwie, am ersten Tag ist Mathe und drei Tage danach ist schon Englisch oder vielleicht sogar irgendein Fach, wofür du wesentlich mehr lernen musst. Dann kann es natürlich auch Sinn machen, dass du in den ein, zwei Wochen davor nur explizit die beiden Fächer lernst. Aber ich würde zum Beispiel trotzdem dann in den zwei Tagen vor der ersten Prüfung nur für die erste Prüfung lernen. Viertens, drei Tage vorher fertig sein. Und das meine ich nicht zwangsläufig im Sinne von, dass du es wirklich sein sollst, aber ich würde es selbst so planen. Denn wenn du schaffst, dass du wirklich dir immer das Ziel setzt, vor allem wenn es von den Terminen bei dir auch ausgeht, dass du es wirklich schaffst, dir zu sagen, ich will drei Tage, also 72 Stunden bevor die Prüfung beginnt, schon auf dem Level sein, was ich schlussendlich auch in der Prüfung haben möchte, dann bist du dir bei zwei Dingen safe. Erstens, wenn du doch ein bisschen länger brauchst, hast du noch ein bisschen Puffer. Und zum anderen, selbst wenn du das abgeschlossen hast und dann an dem Punkt stehst, wo du stehen wolltest, schon vor der Klausur, kannst du trotzdem einfach nochmal was wiederholen. Vielleicht auch Dinge, die du übersehen hast, Themengebiete, die irgendwie dir jemand neu gesagt hat, die noch nachholen, einfach, dass du wirklich diese Sicherheit hast. Wenn ich es bis dahin schaffe, bin ich bestens vorbereitet. Fünftens, immer wieder neu planen. Du kannst den besten Plan machen. Und wir können uns hier in diesem Video vormachen, was wir wollen. Dieser Plan, egal wie du ihn dir machst, wenn du wirklich auch sagst, okay, da, ich lerne, ich verteile irgendwie die Anforderungen, also die Unterbereiche und die Verfahren, die ich lernen möchte, vielesfach, teile ich mir so Tag für Tag, teile ich da immer wieder ein, was ich an dem Tag genau machen möchte, vielleicht auch mit genauen Uhrzeiten. Je genauer du es machst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du ihn nicht einhalten wirst. Das ist vollkommen in Ordnung. Heißt nicht, dass du es ungenau machen sollst. Klare Planung ist sehr wichtig. Aber sei dir auch gleichzeitig schon beim Erstellen darüber klar, dass dieser Plan vielleicht nicht 100%ig so halten wird. Das heißt, ich würde dir empfehlen, vielleicht jede Woche immer wieder neu zu schauen, okay, wie viel habe ich geschafft, was kann ich daraus auch für meine weitere Vorbereitungen lernen und einfach immer wieder anpassen. Das ist auch nicht alles, was Negatives sehen, weil du schreibst zum allerersten Mal dein Abitur, du musst super viel lernen dafür, dann ist vollkommen klar, dass du das nicht im Voraus perfekt lernen oder planen kannst. Das bedeutet, das Wichtigste ist für dich, dass du diese Flexibilität beihältst, nicht in Panik verfällst, weil du deinen Plan nicht eingehalten hast, sondern immer wieder das Neue anpasst, dass du wirklich immer im Prinzip genau auf die Situation, in der du dich gerade befindest, das Ganze ideal anpasst und dann wird das Ganze auch ein richtig großer Erfolg. Darauf freue ich mich. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir bald hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo. Dein Leo. My city's blessings I can't even see Praying that I get to breathe